Der Himmel und der, der, der Der Himmel und der, der爱 Amen. Liebe Schwestern und Brüder, hier in der Gnadenkapelle in Altötting, werte Mitbetende, die Sie über die verschiedenen Medien mit uns heute hier verbunden sind. Als Wallfahrtsrektor darf ich Sie alle ganz herzlich in der Gnadenkapelle begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass unser Heiliger Vater, Papst Franziskus, für seine Gebetsinitiative im Marienmonat Mai unter den weltweiten Wallfahrtsstädten den Gnadenort Altötting erwählt hat, um bei unserer lieben Frau von Altötting den Rosenkranz in seinem Anliegen zu bieten. Wir tun dies heute ganz besonders für den Papst, die Bischöfe, die Priester und Diakone. Und das trifft sich sehr gut, weil wir am Gnadenort Altötting jeden Tag zu dieser Stunde den Rosenkranz in den Anliegen des Heiligen Vaters beten. Dass dazu als Vorbeter unser Bischof Dr. Stefan Oster aus Passau angereist ist und sich sein Vorgänger, Bischof Wilhelm Schrammel, in die Gebetsgemeinschaft einreiht, das freut uns sehr. In diesem Moment erinnern wir uns an den Besuch von Papst Johannes Paul II. am 18. November 1980 hier in Altötting. Wir sind mit ihm in der Gnadenkapelle durch eine Brutreliquie, die wir nach seiner Heiligssprechung zur Verehrung und zur Erinnerung erhalten haben, bis heute tief verbunden. Wir denken heute Abend aber auch ganz besonders an den Besuch von Papst Emeritus Benedikt XVI. Vor nunmehr fast 15 Jahren, am 11. September 2006. Er hat uns nicht nur als erster Beter die Anbetungskapelle geschenkt, sondern am Zepter der Gnadenmutter trägt den Bischofsring, den Josef Ratzinger als Erzbischof von München und Freising getragen hat und den er nach seiner Wahl zum Papst bei seinem Besuch in Altötting dankbar der Mutter Gottes zu Füßen gelegt hat. Diese Auszeichnung und seine Verehrung der Mutter Gottes von Altötting hat er mit der Verleihung der goldenen Rose noch einmal bekräftigt. Er bleibt uns als unser bayerischer Papst immer ganz besonders nahe. Schauen wir also heute Abend gemeinsam auf Maria, die Schutzfrau Bayerns, die Mutter der Kirche und bitten wir sie weiter um ihren Beistand in allen Stürmen der Zeit und bitten wir sie heute ganz besonders für den Papst, die Bischöfe, die Priester und die Diakone. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige katholische Gerte, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung des Sünden, auferstehenden, auferstehenden, auferstehenden und das ewige Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir haben uns so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser Kind ist gut, wie uns heute geht, und verdiene uns unsere Schuld. Ja, wir vergehen von unseren Schulden, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesu, der in uns den Glauben vermehrt. Heilige Gemeinde, Herr Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Heilige Gemeinde, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesu, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige Gemeinde, Herr Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Liebe entzünde. Heilige Gemeinde, Herr Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. In dem Anfragen, so auch jetzt und alle Zeit, und in der Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns von dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten betreffen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser heiliges Brot gib uns heute, und vergieg uns unsere Schuld. Wir, auch wir, vergeben unsere Schuld, ja, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auf jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser lebtes Tod, gib uns weiter, und ergieb uns unsere Schuld. Wie habt ihr verlieben, unsere Schuld, Herr. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Die Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie man kommt, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih auf unsere Sünder, bewahre uns zu eurem Feuer der Welle. Höre alle Seelen in den Himmel, besonders jenen, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Höre alle Seelen in den Himmel, besonders jenen Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Höre alle Seelen in den Himmel, besonders jenen Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Höre alle Seelen in den Himmel, besonders jenen Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Höre alle Seelen in den Himmel, besonders jenen Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Höre alle Seelen in den Himmel, besonders jenen Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Höre alle Seelen in den Himmel, besonders jenen Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Höre alle Seelen in den Himmel, besonders jenen Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Höre alle Seelen in den Himmel, besonders jenen Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Höre alle Seelen in den Himmel, besonders jenen Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Höre alle Seelen in den Himmel, besonders jenen Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Gehörst du, neue Gäse, all das deine Bitte kommt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser Heiliges Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ja, wir vergeben unseren Schuld wieder und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Die Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle. Führe alle Sehnen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten betreffen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser Baby, das Brot, gib uns Leuchte und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in der Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Untertitelung des ZDF, 2020 Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Untertitelung des ZDF, 2020 Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Heilige Gnade, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Heilige Gnade, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Heilige Gnade, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Heilige Gnade, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Heilige Gnade, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Heilige Gnade, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Heilige Gnade, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Heilige Gnade, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Heilige Gnade, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Heilige Gnade, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Herzlichkeit am meisten betreffen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Allelu, wir rufen zu dir, du ordnigst der heiligen Kirche. Allelu, wir rufen zu dir, du ordnigst der heiligen Kirche. Allelu, wir rufen zu dir, du freundigst der heiligen Kirche. Allelu, wir rufen zu dir, du königst der heiligen Kirche. Allelu, wir rufen zu dir, du ordnigst der heiligen Kirche. Allelu, wir rufen zu dir, du ordnigst der heiligen Kirche. Mit den Worten von Papst Franziskus bitten wir in diesem Josefsjahr in besonderer Weise auch um die Fürbitte des heiligen Josef. Heiliger Josef, sei gegrüßt, du Beschützer des Erlösers und Bräutigam der Jungfrau Maria. Dir hat Gott seinen Sohn anvertraut. Auf dich setzte Maria ihr Vertrauen. Bei dir ist Christus zum Mann herangewachsen. O heiliger Josef, erweise dich auch uns als Vater und führe uns auf unserem Lebensweg. Erwirke Gnade, Barmherzigkeit und Mut und beschütze uns vor allem Bösen. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und mit uns in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Wir nennen nun, wer er erschaffen hat. So segne euch und alle, denen wir, das wollen wir jetzt noch. Moment, holen Sie es. Da unten rechts. Ich halte es fest. Und so segne euch, alle, für die wir gebetet haben, alle, die euch verbunden sind, auf die Fürbitte der Gottesmutter Maria, der gütige und dreieinig Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maria, mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen geben. Amen. Seel, o Leo, seel dich dein Kind, Seel, o Leo, seel dich dein Kind, Säbel, o Leo, seel dich dein Kind, Der Christus dein Kind, Seel, o Leo, seel dich dein Kind, Seel, o Leo, sing voll, dein Kind. Lass in deinem Seele Trag und wacht dich an Lass in deinem Seele Trag und wacht dich an Lass in deinem Seele Trag und wacht dich an Lass in deinem Seele Trag und wacht dich an Lass in deinem Seele Trag und wacht dich an Lass in deinem Seele Trag und wacht dich an Lass in deinem Seele Trag und wacht dich an Lass in deinem Seele Trag und wacht dich an Lass in deinem Seele Trag und wacht dich an Lass in deinem Seele Lass in deinem Seele Trag und wacht dich an Lass in deinem Seele 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 Trag und wacht dich an Lass in deinem Seele